hallo zusammen heute soll es um das bb3 v2 von blaurock blades gehen das ist eine leihgabe im zuge eines pass arounds und nach dem video gehen die dann wieder zurück vor mir hatte sie übrigens der jochen vom kanal jm knives schaut auf jeden fall mal bei seinem kanal vorbei er hat eine sehr ruhige art und ein auge für details also ein abo lohnt sich da auf jeden fall vor allem zeigt auch immer wieder mal messer die man sonst so nicht auf dem schirm hat oder vorher gar nicht gesehen hat also ich entdecke bei ihm immer wieder was neues und der stefan 1 2 3 3 2 1 hat es ja auch schon vor mir in der hand gaben hat auch schon video gemacht ich werde euch die beiden videos meine infobox verlinken organisiert übrigens auch das pass around also an der stelle vielen dank für die möglichkeit immer auschecken zu können dann komme ich mal gleich zu den beiden messern die werden vom jan ole blaurock designt und produziert die fertigung findet dabei in deutschland statt und so kommt dann auch der preis von 379 euro zustande was für eine produktion in deutschland und die verwendeten materialien durchaus in ordnung geht das messer gibt es in drei griff haben also hier so in bronze braun dann in standard titan und in blau wobei die klingen form unterschiedlich ist da gibt es zwei verschiedene einmal so eine tanto mit recurve und mit dieser job point klinge hier also insgesamt gibt es sechs versionen zumindest auf der webseite bei instagram habe ich noch eine version mit der mast gesehen und anderen griff haben also vielleicht kommt da noch was oder vielleicht so eine sonderanfertigung da habe ich ehrlich gesagt keine ahnung dann mal so den technischen daten man hat ja eine gesamtlänge von 18,8 cm die klingenlänge beträgt 7,8 cm klingenstärke sind 3,75 mm und hinter der schneidphase habe ich 0,75 bis 0,8 mm gemessen also ehrlich gesagt viel zu viel ich hätte mir hier einen deutlich kleineren wert gewünscht das gewicht beträgt 114 bzw 116 gramm und die klinge ist aus dem m390 gehärtet auf 63 bis 64 hrc also die sollte ordentlich lange scharf bleiben die klinge ist bei beiden modellen mittig zentriert und man hat auch kein klingenspiel in keine richtung also die klinge sitzt bombenfest überhaupt die verarbeitungsqualität ist auf einem sehr hohen niveau und das besondere an dem messer ist der anschliff also der geht hier in so einzelnen stufen runter macht optisch natürlich einiges her und es fasst sich auch ganz angenehm an also irgendwie ganz interessant das sieht man sonst recht selten spontan fällt mir da nur das north man von grimmismo knifes ein die klinge kann entweder über den durchbruch in der klinge geöffnet werden oder halt ganz normal mit zwei fingern ein klemmen oder alternativ mit diesem flipper hier hinten wobei der bei mir nicht so gut funktioniert also gerade bei diesen bronzen im modell habe ich da manchmal das problem dass die klinge nicht komplett aufgeht und als handgelenk dazu nimmt gar kein problem aber ich glaube der titel ist ein bisschen zu schwach meistens klappt es aber halt eben nicht immer manchmal ein bisschen knapper also ich glaube mit einem stärkeren bietend würde das noch ein bisschen besser funktionieren der log steht übrigens früh auch das bei beiden modellen und man hat ja auch noch eine kleine stahleinlage damit die stahlklinge nicht auf dem titan frame lock schleift das würde sich dann verhaken würde sich schnell ab nutzen also die kleinen details die sind auch schön umgesetzt ihr clip funktioniert erstaunlich gut also für einen titan 3d clip mit einem draht clip kann er nicht mithalten also zumindest von der funktionalität her und ich hätte mir ehrlich gesagt hier auch kaum einen draht clip vorstellen können design technisch sehen das ehrlich gesagt furchtbar aus auch wenn ich draht clips normalerweise mag aber ich glaube hier hätte das überhaupt nicht gepasst also für einen titan 3d clip funktioniert ist erstaunlich gut dann hat man hier noch an der seite eine seriennummer eingefräst hier das modell 124 und bei der bronzenen version 127 und bevor ich vergesse es wird auch noch so eine pouch mit geliefert die kann man auch hier abschließen kann das messer dann 42a konform transportieren kann dann hier ein messer rein tun und das zweite dann hier wobei die dann verkratzen würden also vielleicht doch nicht zwei messer rein tun kleiner kritikpunkt hier von meiner seite wobei das natürlich echt geschmackssache ist also ich finde die kombination schwarz und braun nicht so gelungen also ich denke komplett schwarz oder komplett braun oder eine andere farbe als kontrast hätte mir da besser gefallen wobei das natürlich wirklich geschmackssache ist damit ihr euch welchen besseren eindruck von der größe machen könnt mal zum vergleich ein paar andere messer als erstes von ferrum ford das archbishop die erinnern mich ehrlich gesagt so ein bisschen aneinander wobei die natürlich von dessen ja auch deutlicher unterschied haben keine frage aber so von der art her sehe ich da schon so ein paar ähnlichkeiten vom style her wie auch immer und das hier ist ein ganzes stückchen größer beziehungsweise das b a b 3 ist halt ein stückchen kleiner als zweites dann noch ein kleines sebensa das ist einen guten zentimeter kleiner dann noch das große sebensa das ist ein stückchen größer und zum abschluss noch ein messer was ziemlich ähnliche abmessung hat das benchmark back out dann komme ich mal zu den pro und kontrapunkten also was mir richtig gut gefällt ist dieses clean design also man hat kein firmen logo irgendwo drauf keine stahl bezeichnung nichts das einzige was man hier hat ist die seriennummer die ist hier unten und was man halt noch hat ist die achsschraube mit dem firmen logo und das war es auch schon also das gefällt mir halt wirklich richtig gut dass man da die klinge nicht irgendwie mit logos vollgekleistert hat das macht mir normalerweise nicht so viel spaß wenn man irgendwie so ein großes logo drauf hätte also dieses kleine design gefällt mir schon wirklich richtig gut auch die verwendeten materialien titan stonewash finish hier drauf im 390 klinge also das ja macht schon einiges her auch diese fräsung hier alles aufwendig gefräst und schön verarbeitet keine scharfen kanten alles gerundet alles gebrochen die stufen hier auf der klinge also alles in allem wirklich ein sehr schönes messer die verarbeitungsqualität ist wirklich auf einem hohen niveau handlage gefällt mir persönlich auch ganz gut ist ein bisschen knapp also minimal größer könnte sein vielleicht so zwei drei millimeter aber alles in allem für meine handgröße acht bis neun wirklich ziemlich gut ich könnte mir mal vorstellen dass man mit großen händen handschuhgröße 10 11 12 dann probleme kriegt keine ahnung dann würde der kleine fingerfläche hinten ruhen würde wahrscheinlich auch noch gehen und was mir noch gut gefällt es ist der titan clip wie gesagt mit einem draht clip kann er nicht mithalten aber für so einen 3d konturierten titan clip funktioniert er wirklich erstaunlich gut kritikpunkte habe ich auch und zwar 0,75 bis 0,8 millimeter hinter der schneidphase das ist definitiv viel zu viel und dazu geht der anschliff nicht komplett bis nach oben sondern nur bis zur hälfte der klinge also die schneid performance ist nicht wirklich gerade gut gerade wenn man in der küche mal ein bisschen obst oder gemüse damit schneidet da merkt man das dann schon der jochen hat jetzt in seinem video gesagt dass in der nächsten version geplant ist auf 0,4 millimeter zu gehen und ich weiß auch gerade auf der webseite und die modelle sind gerade alle ausverkauft also es könnte sein dass die nächste version demnächst kommt und die dann auch weniger material in der schneidphase hat das ist jetzt von mir natürlich nur geraten ich kann es euch nicht sagen vielleicht dann wenn ihr interesse hat mal eine e mail hinschicken nachfragen nächster kritikpunkt die aussparung hier von dem titan frame log die finde ich einfach zu groß also ich finde das schöner wenn die ein bisschen kleiner dezenter ist zum beispiel hier noch mal das ferrum forges zum vergleich da ist ja auch relativ groß aber schon mal ein stückchen kleiner und ich denke in dieser größenordnung hätte mir das einfach besser gefallen also wirklich winzig klein muss die nicht sein aber ein bisschen kleiner wäre halt schon schöner das so der zweite kritikpunkt und das dritte ist dass man hier kein tool mitgeliefert bekommt mit dem man die achsschraube hier öffnen kann also gerade wenn er mal dreck reinkommt und man das zerlegen und reinigen möchte dann muss man da das tool von ihm nach nachkaufen ich glaube das tool kostet grob 50 euro und man kann es auch noch als bied hier hinten dran machen also mit so einem lanyard oder lederband oder wie auch immer also das ist schon ganz cool die idee aber ich finde es eine einfache version hätte man auch mit liefern können damit man das messer zerlegen kann es würde vielleicht gehen mit einer spitzen zange dass man da irgendwie rumgreift und da rein greift könnte funktionieren ich habe es nicht ausprobiert sind ja nicht meine aber ich finde so eine kleine lösung zum zerlegen wie halt schön gewesen ja also als fazit muss ich sagen dass es mir alles in einem richtig gut gefällt materialien verarbeitungsqualität finish optik keine logos irgendwo drauf achsschraube mit einem tollen design und so weiter und so fort das einzige was ich halt wirklich kritisieren kann das ist die schneid performance und wenn das sich bei der nächsten version auch erübrigt hat dann kann man ganz kleine kaufe empfehlung aussprechen das soll es dann auch schwer gewesen sein wenn euch das video gefallen hat würde ich mich über ein abo freuen macht es gut und bis zum nächsten mal